Das 17. Bundesland, der Mallorca-Podcast mit Ingo Wohlfeil und Antonia Haier. Hola amigo, wir haben wieder eine pickepackevolle Sendung. Mit mir ist Ingo, hallo. Hallo Toni. Ich habe es ja schon letzte Woche angekündigt, mein Freund auf Malle. Es sind zurzeit sehr, sehr viele Freunde von mir auf Malle. Und es gibt eine große Angst vor, du kennst meine spanischen Skills, ich hoffe, du verstehst mich, El Bicho. Mensch Toni, da sind deine Kollegen und Freunde aber wirklich gebildet. El Bicho heißt so viel übersetzt wie das Insekt oder der Käfer und ist eigentlich der Spitzname für Ronaldo. Aber auch Corona wird so genannt und tatsächlich haben wir hier gerade eine Corona-Epidemie. Allerdings sorgt die nicht dafür, dass die Krankenhäuser überfüllt sind, sondern dass du umgeben bist von so einem 80 Dezibel Husten deiner Mitmenschen. Da laufen also 18-Jährige an dir vorbei und du denkst, wow, der klingt nach Raucherhusten im Endstadium. Aber tatsächlich ist das die Corona-Variante, die hauptsächlich Husten auslöst. Und das ist so ein wirklich lauter, schleimiger Husten, den man eher so 80-Jährigen zuordnen würde. Und das ist eigentlich das Phänomen, großartig gefährlich, scheint die Variante nicht zu sein. Aber halb Mallorca hat diesen Raucherhusten. Ah, das ist, das klingt auf jeden Fall, es klingt nicht so gut, besonders in deinen Ohren. Aber angenommen, ich fange mir das jetzt, bei welchen Temperaturen liege ich in Corona-Quarantäne? Naja, eine Quarantäne gibt es ja auch nicht mehr, aber allerdings würde ich sowieso empfehlen, am Nachmittag sich zu isolieren in einem klimatisierten Raum. Die Temperaturen gehen wieder hoch, bis auf fast 40 Grad. Und so mache ich das tatsächlich auch. Ich habe meine Termine morgens und abends und tagsüber versuche ich mich irgendwie alleine auf mich zu konzentrieren in einem abgeschlossenen, klimatisierten Raum, weil es draußen wirklich wahnsinnig heiß ist. Also es gibt natürlich noch Alternativen zu meiner langweiligen Urlaubsverbringen-Aktion, nämlich zu Hause alleine hocken. Du fährst einfach in den Beachclub oder direkt ans Meer, da hast du zumindest noch ein bisschen Wind, was es so ein bisschen kühler macht. Und das ist auch meine tolle Überleitung auf, ich war am Samstag in einem Beachclub und das war wirklich eine spannende Geschichte. Möchtest du sie hören? Unbedingt. Ich war am Samstag in Cala Cap Falco. Wer es nicht kennt, das ist in der Nähe von Cala Vinius und wer das nicht kennt, das ist in der Nähe von Magaluf. Da verlässt man irgendwann, wenn man da hin will, die Zivilisation fährt nur noch über so Schotter und Sandpisten. Und irgendwann, nachdem man Tonnen von Staub aufgewirbelt hat, ist man irgendwann da in so einer kleinen Bucht, die von Felsen so abgeschlossen ist. Und das ist wirklich total schön und romantisch. Und das Allertollste an dieser Bucht, es gibt keinen Handyempfang. Nachteil, es gibt dort ein Chiringuito, also eine Strandbude und da kann man sich auch ins WLAN einwählen. Und in dieser Strandbude hatte ich einen geschäftlichen Termin und irgendwann sagte einer meiner Begleiter, wieso haben die Leute da hinten eigentlich lange Hosen an? Also das waren so 35 Grad. Ja, das ist aber merkwürdig, wer geht denn in einen Strandclub mit langen Hosen? Schau mal, da kommen ja noch mehr mit langen Hosen. Also wir waren irgendwann umgeben von, ich würde mal sagen, sechs bis acht Männern in langen Hosen. Und dann kam einer meiner Begleiter auf den Gedanken, das sind Leibwächter. Und da muss irgendjemand Großes kommen. Und tatsächlich, in diesem Chiringuito waren zwei Tische A, acht Plätze frei. Und dann haben wir den Wirt gefragt, der sagt, ja, da kommt jemand, aber ich darf euch nicht sagen, wer es ist. Gut, und dann bemerkten wir langsam einen schwarzen Lieferwagen und dann so ein schwarzer Van fuhr ein. Diese Männer in den Hosen wirbelten auf einmal herum, stiegen in diesen Van ein und waren weg. So, dann kam der Wirt auf uns zu und sagte, ich hätte mir vorstellen können, dass das Mick Jagger und Leonardo DiCaprio gewesen hätten sein können, die hier hätten herkommen können. Allerdings, erzählt er auch, ist das bei den Prominenten so, die buchen drei Tische in drei verschiedenen Locations. Und dann wird kurz vorher abgecheckt, wohin man geht, was mit den äußeren Umständen zu tun hat. Und dieser Color Cup Falco ist auch im Badestrand. Da saßen also ganz normale Badegäste. Und so werden wohl die Verantwortlichen von vermeintlich Mick Jagger und Leonardo DiCaprio entschieden haben, die kommen sofort alle an den Tisch und wollen Selfies mit den Leuten machen. Also werden sie da nicht in Ruhe essen können und dann sind sie wieder abgebraust. Aber warte, Mick Jagger und Leonardo DiCaprio waren zusammen unterwegs? Die machen zusammen oder treffen sich hier jetzt gerade in letzter Zeit häufiger mal gemeinsam im Urlaub, verbringen ihn gar womöglich miteinander und das im Mittelmeerraum. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das ist so wie Sohn und Großvater zusammen auf Tour. Aber ich glaube, dass Mick Jagger in seinem Hirn auch noch durchaus 35 Jahre alt ist. Aber das wäre natürlich mal ein Knaller gewesen. Also Prominente bringen mich normalerweise nicht in Wallung. Dich wahrscheinlich eher Leonardo DiCaprio. Aber Mick Jagger mal zu gucken, was der so isst, ob der das Gleiche gegessen hat wie ich. Obwohl nicht, ich glaube, der ist mittlerweile Vegetarier und trinkt nur noch Kräutertee. Aber das wäre schon eine spannende Sache gewesen. Aber so fand ich das auch ganz spannend. Erstmal ein riesen Bohai um uns herum. Menschen mit Laptops am Strand und so. Und auf einmal schwingen sie sich alle in einen Van und brausen davon, um irgendwo anders essen zu gehen. Also das war jetzt quasi meine Geschichte ohne Pointe. Also wer wäre da wirklich gekommen? Hätte auch der spanische König sein können oder jemand anders. Der Aufwand war schon immens. Wenn du mir jetzt erzählt hättest, du hast so random Leonardo DiCaprio am Strand getroffen, da wäre ich komplett ausgerastet. Ich liebe diesen Mann. Na gut, also da löse ich jetzt keinen Neid aus. Aber viele Leute fragen sich natürlich. Da sind 16 Plätze belegt in einem Chiringuito. Der Wirt geht leer aus. Nein, das wurde mir dann auch noch erklärt. Das nennt man dann No-Show oder No-Show-Table. Also ein Tisch, an dem man sich nicht hat blicken lassen. Und der wurde dann trotzdem fürstlich bezahlt dafür, dass er nichts machen musste außer zwei Tische freihalten. Und so waren am Ende alle glücklich. Bis auf mich, der so gerne ein Paparazzi-Foto von Mick Jagger beim vegetarischen Salat gemacht hätte. Naja, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Also vielleicht wird es ein nächstes Mal geben, Ingo. Ich drücke dir ganz fest. Naja, also ich weiß nicht. Ich glaube, seine Zeit läuft auch ab. Mittlerweile ist der Mann 80 Jahre. So viele Gelegenheiten, den nochmal in freier Wildbahn zu sehen, wird es wahrscheinlich nicht geben. Aber ich bleibe da mal Optimist. Obwohl, lieber hätte ich gerne ein Foto mit Paul McCartney. Nee, denn wenn man mich fragt, Rolling Stones oder Beatles, wäre meine Antwort immer Beatles. Ja, auch fair. Aber keine super A-A-A-A-A-A-Prominenz. Dafür eine andere Prominenz ist heute auch auf der Insel gelandet. Im Feindesgebiet sozusagen, ne? Das hast du schön gesagt. Wobei, wenn man mal die massive Berichterstattung über diese drei, über die wir jetzt gleich reden werden, nimmt, dann muss man schon davon ausgehen, dass es A-A-A-A-Promis sind. Denn über keinen deutschen Prominenten wurde mehr publiziert in diesem Jahr als über Yvonne, Peter und Iris. Und Yvonne ist am Samstag, also am vergangenen Samstag, auf der Insel gelandet, um sich mit Peter zu treffen. Aber da ist noch ein Aufpasser dabei, nämlich der Manager. Und es ist auch ein Job zu erledigen. Die beiden, Yvonne und Peter, werden hier nämlich Musikvideos drehen für die zukünftige Gesangskarriere von Peter Klein, über die wir ja schon häufiger mal hier geredet haben. Eigentlich war ich eingeladen zum Videodreh. Aber das Letzte, was ich vom Manager gehört habe, war, sind Hardcore Busy. Ja, ja. Gut, also wir werden ja mal sehen, ob es dann nächste Woche ein Interview mit Yvonne oder Peter gibt oder eben nicht. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Ich habe das ganze Drama mit Leidenschaft verfolgt. Ja, aber man muss sagen, das ist jetzt schon so, der Zenit ist erreicht. Das klingt so langsam aus, dieses Thema. Und ich glaube, damit sind auch die meisten Beteiligten eigentlich ganz glücklich, dass sie nicht mehr so im Fokus stehen, wie das vor Monaten noch war, wo selbst ein Unterhosenwechsel eine Schlagzeile wurde. Ja, das stimmt. Da kamen ja täglich mehrere, also da haben sich die Schlagzeilen ja überschlagen. Da gab es gar kein Ende mehr. Aber gut, ich bin sehr gespannt, was du erzählen wirst. Ich hoffe natürlich auf dem Interview. Meinst du es realistisch, dass sie es auch zu zweit machen würden? Ich bin da noch am Verhandeln, aber das wäre ja nicht das erste Mal, dass sie zu zweit auftauchen und von daher sehe ich da eher nicht so die Schwierigkeiten. Ich glaube eher, die Schwierigkeit liegt darin, dass sie, Zitat, hardcore busy sind. Aber so ist das natürlich, obwohl so ein Videodreh besteht für den Interpreten hauptsächlich darin zu warten. Man wartet die ganze Zeit, bis irgendwie die Kameraeinstellung mit dem Licht und so alles konkludent geht und dann geht es halt los. Also Peter und Yvonne hätten eine Menge Zeit dazwischen, lieber Manager. Aber wenn es nicht klappt, finde ich das jetzt auch nicht so schlimm. Denn wie gesagt, diese Geschichte hat längst ihren Zenit erreicht. Aber vielleicht gibt es ja noch mal eine Spitze nach oben, wenn Peter als Sänger so richtig durchstartet. Ja, ich fieber darauf schon hin. Aber kannst du denn zu dem Musikvideo, weißt du da schon irgendwas, was die machen, wo die drehen? Kannst du da irgendwas sagen? Nee, ich weiß tatsächlich bisher noch gar nichts. Außer, ich tippe mal, also was macht man, wenn man auf Mallorca ein Musikvideo dreht? Und ich würde mal sagen, hier werden so im Jahr 300 bis 400 Musikvideos gedreht. Da leiht man sich eine Yacht, da geht man an den Strand und irgendwo eine Klippe und vielleicht noch mal in die Palma Allstadt mit Kathedrale im Hintergrund fertig. Also da muss man nicht sonderlich kreativ sein. Und ich glaube, allzu viel Geld wird in so einen Videodreh auch nicht investiert. In den 90er Jahren waren das ja teilweise Millionen, die in Musikvideos gesteckt worden sind. Mark, D-Mark wohlbemerkt. Aber mittlerweile ist so ein Budget zwischen 5.000 und maximal 8.000 Euro. Und damit kannst du halt keine Bäume ausreißen. Nee, aber... Also dann doch vielleicht eine Yacht von einem Kumpel, der Sportwagen von einem Freund und der Strand, der sowieso öffentlich ist. Fertig. Sehr gut. Was machen denn die anderen Malle-Promis? Sind die auch so hardcore busy? Was gibt's Neues? Irgendwelche spektakulären Storys? Ja, es gibt da was, das würde ich eigentlich fast in die Outtakes packen wollen. Aber das ist das, was leider meine Gedankenwelt nicht so schnell verlassen hat. Finch steht auf der Bühne im Megapark, schnappt sich irgendeinen Marskrug von irgendeinem Tablett, trinkt ihn, spuckt es kurzer nach wieder aus und sagt, das war Pisse. So, also irgendjemand hat ins Glas gepinkelt. Das passiert da häufiger mal. Also die Marskrüge werden dezent unter der Biertonne versteckt und dann wird dort hineingepinkelt. Dann räumt der Kellner das ab und dann greift Finch zu. Das wird er wahrscheinlich in Zukunft so nicht mehr tun. Allerdings ist das auch schon wieder so eine harte Geschichte. Wieso gehen die Leute eigentlich nicht auf Toilette? Die Toilette ist 20 Meter entfernt oder 25 maximal von dort, wo man steht. Nein, man pinkelt in den Marskrug. Also diese Saison hat schon tatsächlich so ein bisschen was Fäkales und das würde ich gerne nochmal untermauern nach dem Motto ob arm, ob reich, besoffen, alle gleich. Es gibt hier ja so einige super VIP-Beachclubs, die auch wahnsinnig teuer sind. Und zwei Freunde waren von mir am Wochenende in einem dieser Clubs, dessen Namen ich aus Gründen gerade nicht erwähnen werde. Der Pool war voll und dann brüllte der Poolboy auf einmal alle raus und dann sind alle raus und zurück blieb eine schwimmende Wurst auf dem Wasser. Also hat irgendjemand der Gäste während des Schwimmens das Bedürfnis gehabt, sich zu entleeren. Also ich frage mich, wie kommt man auf so eine Idee? Also man ballert sich den 6.000 Euro Champagner rein und dann glaubt man damit auch, das frei los für den öffentlichen Toilettengang zu bekommen. Interessanterweise hat man den Verursacher nicht gefunden, weil der Pool zu voll war. Aber die Konsequenz war, dass der Pool geräumt wurde. Den ganzen Freitag stand er dann einsam und jungfräulich da. Und ich weiß nicht, ob er am Samstag so gereinigt wurde, dass man ihn wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen konnte. Aber das ist klar, dass du in so ein Wasser auch nicht mehr reingehen willst. Also es passiert nicht nur bei den jungen Krawallmachern, sondern auch bei den etwas gesetzteren Herrschaften, dass man irgendwann die Kontrolle verliert. Ja, ich bin mal wieder fasziniert. Ich hoffe natürlich, dass wenn ich dich mal auf meine Besuche, dass das fäkalfrei abläuft, weil das hat sich jetzt in dieser Saison schon echt gehäuft. Und ich muss sagen, ich finde das ekelhaft, aber genauso bewundernswert. Also ich meine, ich frage mich auch, ihr habt ja eine Affenhitze da. Wenn ich im Pool bin, dann ist mir doch klar als Verursacher, dass mein Badeerlebnis, meine Erfrischung genau in diesem Moment vorbei ist. Die Frage ist, wie viel Promille hatte derjenige drin, der es getan hat? Und vielleicht hat er das gar nicht mehr so wirklich begriffen, was er da tut. Davon muss man leider auf Mallorca gesamt ausgehen, weil besonders die Urlauber natürlich so einen richtigen, also die halten ja ihren Pegel. So sagen wir mal, bei 0,5 würde ich das jetzt mal ansiedeln im Durchschnitt. Und wenn man über diesen Pegel massiv hinausgeht, dann gibt es halt diese Art von Kontrollverlust. So kann ich mir das erklären. Anders nicht. Nach all dem, ja man kann es nicht anders sagen, ekelhaften Storys, hast du denn was Schönes für uns? Ja, ich habe noch eine schöne Location mitgebracht. Ich habe sie schon ein einziges Mal hier erwähnt. Das ist das Treehouse in Palma zu Beginn des Hafens, schräg gegenüber von der Kathedrale. Das ist eine hochgelegene, circa auf zwölf Meter Höhe gelegene Cocktailbar, von der man den ganzen Hafen überblicken kann. Und du siehst dann so langsam, wie die Sonne hinter dem Hafen untergeht. Und dabei trinkst du einen wunderbaren Mango Daiquiri. Also wenn ihr da mal in der Gegenseit, Kathedrale, so gegen 18, 19 Uhr, dann geht doch mal schräg über die Straße, über den Paseo Maritimo, ins ehemalige Cap Blanc. Und da oben auf dem Dach, da ist diese Cocktailbar. Und ich glaube, da werde ich jetzt häufiger mal sitzen, wenn ich so richtig melancholisch sein möchte oder werden möchte, wie so die Sonne untergeht hinter den Masten der Segelschiffe, die ich mir allesamt nicht leisten kann. Das hat schon was. Ja, aber drauf gucken ist besser als drauf sitzen. Das nächste Mal schickst du mir bitte ein Foto, ja? Mache ich sehr, sehr gerne. Ich glaube, ich habe sogar Fotos gemacht, kann ich die gleich rüberschicken. Sehr schön, ich freue mich. Wir haben auch schon wieder mehr als genug gelabert. Unsere Folgen sind immer astronomisch lang. Ich glaube, unter einer Stunde haben wir es noch nicht geschafft. Deswegen würde ich sagen, wir geben das Mikro ab an deinen Interviewgast der Woche. Wen hast du denn getroffen? Ich habe Jörg Jung getroffen. Und was der auf der Insel macht, das erzählen wir euch jetzt gemeinsam im Interview der Woche. Das Interview der Woche. Ich sitze hier in einer Interviewsituation, die mir jetzt schon ein bisschen unangenehm ist. Zweite Linie Playa de Palma, Höhe Balneario 3 ungefähr im Hostal Playa de Palma von Marco Gülpen. Dem gehört es unter anderem. Und hier fahren Busse, Motorräder, Quads. Die spanischen Angestellten machen hier gerade eine kleine Siesta-Party. Und mal gucken, was hier alles so in den nächsten Minuten auf uns zukommt. Und ich begrüße hier einen Mann, den man sich so vorstellen kann wie Tony Curtis. So hat ihn zumindest mal Henning Baum genannt. Aber eigentlich hat er eher ein Radiogesicht. Und da kommt er auch her, nämlich vom Inselradio. Also da ist er seit zwei Millionen Jahren schon der Morgenmoderator. Jörg Jung. Es sind sogar drei Millionen Jahre. Hallöchen, grüß dich. Wir sind hier am Nabel der Welt, muss ich mal sagen. Ist ja auch schön. Mittendrin im Partyzentrum des Ballermanns. Und dabei hast du mit dem Ballermann eigentlich so gut wie nichts zu tun, oder? Das ist die schöne Kontroverse gerade, weil ich normalerweise ja beruflich in Palma beheimatet bin. Mit dem Inselradio und da einmal im Studio. Und ich normalerweise auch gerne alle Ecken der Insel irgendwie gerne anfahre, die nicht mit viel Trouble zu tun haben. Und ausgerechnet hier am Nabel der Welt, mitten an der Playa in Arenal treffen wir uns. Finde ich gut. Aber wo findet man denn momentan keine Touristen oder eher so lauschige, plauschige Buchten, wo du dich wohlfühlst und die nicht von den Massen überlaufen sind? Ich hatte in der Tat neulich eine kleine Autopanne. Und man hat mir einen Handwerker, einen Mechaniker, Automechaniker empfohlen, der sehr gut sein soll. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich mache keine Details. Und der macht das zwischen Jukmajor und Campos einfach auf seiner Finca. Und ich muss sagen, das war so einer der wenigen Momente, wo es gar nichts gab. Wo tatsächlich drumherum auch kein Mensch war, noch nicht mal ein Haus. Drei Hunde, mehrere Autos. Und da habe ich mich auch wohl gefühlt. Also die 30 Minuten, wo wir am Auto gewerkelt haben, das war echt ein Paradies jetzt hier im Hochsommer. Also das finde ich ja schön, dass manche Leute schwärmen vom Strand. Du schwärbst von der Autowerkstatt im Hochsommer. So ist das hier. Wie bist du, wann eigentlich auf die Insel gekommen? Bist du damals mit der Überzeugung auf die Insel gekommen, ich fange beim Inselradio an oder gab es dich vorher schon hier? Ne, es war in der Tat das Inselradio, das mich auf die Insel gezogen hat. Vor 15 Jahren genau. Und ich wollte eigentlich, und ich glaube, das geht vielen so, die jetzt zuhören und sagen, ach ja, stimmt, kann ich mich daran erinnern. Ich wollte eigentlich ein Jahr auf die Insel. Komm, ein Jahr, Mallorca, machst du mal, dann gehst du wieder zurück nach Deutschland. Und nach dem Jahr war Deutschland komplett halt erledigt, weil das Inselradio ist halt cool und die Insel ist cool. Und es hat sich viel verändert seither, aber sie ist immer noch irgendwie cool. Und ja, es sollte ein Jahr werden. Jetzt sind es 15 und ich bin mal gespannt. Ich glaube, die nächsten 15 haue ich auch noch drauf hier auf Mallorca. Aber es war in der Tat das Inselradio, das mich nach Mallorca zog, weil ich ein Jobangebot hatte vom Inselradio. Ich war damals Radiomoderator im Saarland bei Radio Salü. Und letztendlich war dann der Reiz doch zu groß, dann zu sagen, ey, Sonnenstrand, Meer, Palmen, das ist dann doch schon mal was Schönes. Und wenn du hier immer Urlaub machst am Meer, was nie Mallorca war, es war immer Portugal zum Beispiel, was mich dann gereizt hat, die Algarve. Ich war einmal, habe ich Palmen mal einen Urlaub gemacht und habe dann aufgrund meiner körperlichen Verfassung nach diesem Urlaub, habe ich gesagt, nie wieder Mallorca, dass ich mal da leben werde, wusste ich dann auch nicht am Ende. Aber Inselradio hat mich dazu gebracht und das ist ganz gut so am Ende. Aber was hat dich denn gehalten, weil, also viele Leute kommen ja in der Tat für ein Jahr nach Mallorca und bleiben dann eine Ewigkeit, fangen als Promoter an, als Ticketero, als Tänzer, als Barkeeper, als Koch, was auch immer. Aber was hat dich dann hier gehalten, weil der Riesenverdienst hier und das süße Leben kann es ja nicht sein, weil so viel verdient man ja nicht beim Radio, sage ich mal. Ja, aber es ist tatsächlich mein Chef, liebe Grüße, Daniel Wulich, der dann immer tatsächlich auch, es gab auch mal die eine oder andere Phase, wo ich dann sagte, boah, ich kann nie mehr, weißt du. Und aber am Ende ist es immer so, dass das Inselradio letztendlich mit dem, mit allem drum rum, ja, mit allen Menschen, wie wir hier zusammenarbeiten, die immer wieder ein- und ausgehen, mit Events, mit allem drum und dran, irgendwie einen doch wieder halten. Also du denkst ganz oft, oh nee, komm, ich brauche nochmal einen Ortswechsel und dann denkst du, nee, da würde ich aber das und das und das und das und das und das würde ich vermissen und dann ist das Thema wieder abgehakt. Also sehr interessant hier auf Mallorca. Man weiß ganz genau, was man vermisst und dann bleibt man ja doch am Ende. Und ich glaube, auch da spreche ich vielen aus der Seele. Du hast aber auch noch einen Zweitjob, wo man dich sehen kann. Beim Radio kann man dich ja nur hören. Du singst. Ach ja, in dem Jahr, ich habe ein bisschen aufgehört damit. Ach so. Ich möchte im nächsten Jahr nochmal ein bisschen mehr machen in der Richtung, aber nach Corona und da sind wir wieder bei diesem Schlagwort Corona, da war der Wurm so ein bisschen drin. Den Bus fand ich jetzt auch sehr interessant. Wir sind weiterhin, man könnte meinen, hier im Bus und Beettag. Ingo Wohlfall hat die ganze Zeit Angst, dass der Bus ihm die Sendung hier verhagelt, aber ich finde es gut. Aber wir haben überall hier so eine Geräuscheinstrahlung. Gleich wird hier auch noch ein Kaffee bestellt und zwar jetzt. Genau. Wir können aber auch zu meinem Automechaniker nach. Jo, guck mal, Jo, bei dem ist ruhig. Aber am Ende war es Corona, wo ich mir dann selbst irgendwie gesagt habe, wir hatten genug mit dem Radio zu tun in der Zeit. Du kannst dir ja vorstellen, wir waren ja dann so Mitansprechpartner Nummer eins, weil wir durften ja im Prinzip Daily Business weitermachen während der Corona-Zeit hier auf Mallorca, was unfassbar gespenstisch war. Also mache ich gleich ein ganz neues Fass auf, wie die Corona-Zeit als Radiomoderator ist oder war. Ja, aber dann hat natürlich erstmal die Singerei ein bisschen aufgehört und danach habe ich diesen Motor gar nicht mehr so ins Laufen bringen wollen, weil ich mich erst auf ganz andere Sachen konzentriert habe, werde das aber gerne auch wieder machen. Bus. Herrlich. Wir machen gleich ein Gewinnspiel, erkenne die Buslinie am Geräusch. Aber ich finde es super. Sag mal, als Radiomoderator in so einem begrenzten Segment wie Insel und Mallorca, ist man da eigentlich Popstar hier auf der Insel? Ach nee, würde ich jetzt gar nicht so sagen. Es gibt immer so den einen oder anderen, der einen anspricht. Aber es ist wirklich so, dass gerade Mallorca, also ich könnte mir vorstellen, wenn du die Nummer auf Menorca hast oder Ibiza oder auf den Kanaren, dann könnte ich mir vorstellen, dass das so wäre. Aber wir sind ja nun mal auf Mallorca und du weißt es ja selber, Mallorca besteht aus unfassbar vielen Menschen des öffentlichen Lebens, sei es von der deutschen Community oder die spanische Community oder wer auch immer. Da gehst du, da bist du als Morningshow-Moderator beim Inselradio. Die kennen dich, das ist alles schön, aber da bist du im Schattendasein und alles ist gut. Sie, die, guck mal, sie zeigt uns gerade an, sie muss jetzt einen Kaffee machen. Gut, dann machen wir an dieser Stelle mal kurz. Guck mal, wie aufmerksam hier das Personal ist. Hervorragend, ja. Also wir hören gleich das Geräusch eines Kaffees, der gerade hergestellt wird. Ah ja. So, das ist jetzt die Kaffee-Mühle. Ja. Ich könnte jetzt persönlicherweise mit meiner eigenen Stimme noch den Milchaufschäumer nachmachen, das kann sie. Ich könnte jetzt. Das war ich, aber gleich kommt das Original. Ich liebe es, schöne Atmung. Wir befinden uns ja gerade, wie man auch in der Geräuschkulisse merkt, mittendrin im EP-Zentrum. Wieso versucht das Inselradio eigentlich so gar nichts mit dem Ballermann zu tun zu haben? Also ihr spielt nicht ihre Musik und er wird auch nicht wirklich erwähnt. Also eigentlich wird er irgendwie so ein bisschen wegignoriert bei euch. Nein. Also ja. Also wotten wir. Wir berichten natürlich immer mal, wenn es irgendwas hier von der Ecke gibt. Was dann erwähnenswert ist. Aber du musst ja wirklich sehen, für dieses Klientel hier und für diese Ecke hier, da gibt es genug andere, die dann darüber berichten, die sich auf diese Schiene setzen, die dieses Genre bedienen. Und wenn es genug andere gibt, warum sollen wir das? Naja, weil es ja auch ein Teil der Insel ist und der Inselklangkultur, wenn du so willst. Ach jo, also ich möchte mal, wenn wir uns jetzt auf der Landkarte die ganze Insel angucken und auf dieser, je nach Maßstab, diese zwei Millimeter sehen, wo sich das alles hier abspielt von der Gesamtinsel, dann lassen wir ja trotzdem Sarima, Calaratiada aus, wir lassen Santa Ponsa aus, wir lassen Porte Andrasch aus, Ata, wie sie alle heißen am Ende, Alcudia. Also im Prinzip, es gibt ja so viele schöne Ecken auf der Insel und wir sind doch happy, dass wir als deutsches Medium täglich diese Ecken bedienen, weißt du. Und hier ballert man, ich finde es ja nach wie vor spannend, manchmal finde ich es albern, manchmal finde ich es vollkommen übertrieben, auch mal negativ, was man so an Videos in diesem Jahr sieht und so hört. Aber wir sind einfach froh, dass wir einfach den Rest der Insel abdecken und das ist auch ganz gut so. Du hörst ja jeden Morgen die Nachrichten deines Nachrichtensprechers. Hat diese Saison, wenn man so diese ganzen Nachrichten hört, irgendwie eine andere Qualität Insel gesamt als die restlichen? Hat sie was Besonderes? Ich finde es heftiger. Es ist das heftigste oder eins der heftigsten Jahre überhaupt. Also A, was die Frequenz hier angeht, die Frequentierung Mallorcas, was die Menschen angeht, aber auch was die Vorfälle angeht. Also es ist tatsächlich, wir haben, gerade neulich war eine Verkehrsstatistik, wir haben jetzt schon im August, haben wir so viele Verkehrstote, wie es das ganze Jahr letztes Jahr nicht gab. Und das war ja auch nach Corona, ja. Und schon ein Rekord, ja. Gibt es dafür Erklärungen? Ich glaube einfach, dass die Insel, das hat jetzt wieder mit der Frequentierung zu tun. Ich glaube, die Insel ist wiederum voller, es werden gerade hier Tüten ausgepackt, ich finde es toll. Aber ich glaube, die Insel ist stärker frequentiert in diesem Jahr und da musst du gar nicht von hier unserem berühmten Ballermann reden, wie sich alle hier benehmen. Ich glaube, es ist einfach in diesem Jahr ein Gewusel und ein Gewusel und das wirkt sich dann auch zum Beispiel negativer aus. Also ich finde persönlich, es sind unfassbar viele Menschen auf der Insel und die Insel ist unfassbar voll und zwar in einer Art, die ich so in 15 Jahren noch nicht erlebt habe, dass sie so voll ist. Alleine das Verkehrschaos. Also ich sage auch die ganze Zeit in dem Jahr, es sind zu viele Autos für zu wenig Insel und das merkt man halt einfach. Es ist Stau hier, es ist Stau da, jeder will mal da hin, das Gewusel ist einfach zu groß und das fällt mir in diesem Jahr unfassbar positiv, aber auch negativ auf. Bist du dann jemand, der sich so ganz besonders auf den Winter freut hier auf Mallorca, weil es dann so wieder ruhig und angenehm ist und man staufrei zur Arbeit kommt? Nee, das ist dann so die erste Woche, wo die Bürgersteige hochgeklappt werden, ist einmal tief durchatmen, danach schon wieder langweilig. Vor allem, was ja nie auf Mallorca zu unterschätzen ist, ist die nasse Kälte. Also wir haben ja jetzt im Sommer auch, muss man auch sagen, rekordmäßig diese feuchte Hitze, unfassbar heiß, unfassbar nass alles, aber im Winter ist ja noch schlimmer, weil dann ist es kalt und feucht und das ist ja the worst case von allem. Also insofern, wenn die Bürgersteige hier, sagen wir mal so im November hochgeklappt werden, dann freust du dich eine Woche lang, dass die Insel fast wieder für dich ist und dann hast du dich schon wieder stinklangweilig. Also das ist dann auch doof. Dann musst du dich erstmal bis Mai wieder mit dieser nassen Kälte rumschlagen. Was machst du denn da eigentlich so in dieser Zeit, in dieser langweiligen, kalten Massenzeit? Eigentlich nur vor einer Heizung sitzen, also entweder im Sender sein, ja also im Sender sowieso, wir sind ja perfekt, wir sind ja jetzt in den neuen Senderräumen oben in der García Lorca, also sprich nicht mehr ganz am Paseo Maritimo, sondern ein bisschen weiter in der Stadt drin, finde ich eine super Location und vor allem haben wir ja tatsächlich so mit die modernsten Büroräume jetzt mittlerweile, die du auf der Insel finden kannst. Großes Lob wieder mal an den Chef und das ist sowas perfekt klimatisiertes, habe ich erlebt, also im Sommer wie im Winter ein Traum, da einfach in dem Studio drin zu sitzen und den Rest sitzt man einfach auf einer oder vor einer Heizung, glaube ich. Nee, es macht schon Spaß, tatsächlich die Insel dann ein bisschen alleine, wenn es die schönen Tage gibt und die sind ja sehr häufig, dass auch die Sonne scheint und dass es dann auch im Vergleich zu Deutschland relativ warm ist, dass man dann relativ staufrei wieder irgendwelche Ausflüge machen kann, da freut man sich ja schon drauf, so ist es ja nicht. Und du bist auch sehr markant unterwegs, nämlich mit einem, du hast einen wunderschönen Oldtimer, mit dem du hier über die Insel fährst. Ach ja. Um was handelt es sich da? Wieder, wieder unterwegs. Also ich hatte ja jetzt letztes Jahr im November, Oktober hatte ich ja elf Tage lang das coolste Auto der Insel. Elf Tage? Ja, elf Tage lang, bis ich ihn dann tatsächlich in einem blöden Wintermoment, wo die Scheiben angelaufen waren, gegen einen Lieferwagen, also wir küssten uns und es war nicht so gut für meinen Ford. Es ist ein 73er Ford LTD, hieß das noch, aus den Staaten ist der. Eine Riesenkiste, die ist fast sieben Meter lang und zwei Meter zwanzig fast breit, also ein richtiger Straßenkreuzer und ein Ex-Requisiten-Auto für amerikanische Serien, also ganz safe, also war ja schon ein Requisiten-Auto bei die Straßen von San Francisco und Charlies Engel. Was war das? Das war da draußen der Flaschenmülleimer. Ja, wir möchten an dieser Stelle in diesem Podcast auch Recycling-Werbung machen, auch hier auf Mallorca wird recycelt. So, aus, fertig. Ich meine, du hast, findest du überhaupt in Palma einen Parkplatz mit diesem Teil? Ja, in der Tat, ich habe bis jetzt noch nie Parkplatzbegrüben gehabt, also man muss natürlich dann gucken, ob man irgendwo so eine Sieben-Meter-Lücke findet, aber man findet sie. Es dauert zwar zwei Stunden, aber ich würde nie zur Arbeit mit diesem Auto fahren. Ach so, das machst du nicht. Nein, würde ich nicht, aber auf Mallorca hatte ich noch nie, wenn ich jetzt sage, wir waren neulich in Calaradiada, war ich mit dem Ding, der ist ja für sechs Personen zugelassen. Drei vorne dürfen sitzen und drei hinten und dann haben wir das auch ausgenutzt, waren mit sechs Personen in Calaradiada und hab da prompt einen Parkplatz gefunden. Denkt so eigentlich wie eine ganz schöne Hochzeitskutsche, die du da hast. Kann man dich mieten? Er sieht zwar am Ende eher aus wie ein Leichenwagen, aber man kann ihm im Prinzip, also ich würde ihn für alles vermieten. Ich hatte auch schon Anfragen, bevor er kaputt ging, prädestiniert für Fotoshootings. Wie gesagt, wir planen mal für nächstes Jahr sogar eine eigene YouTube-Serie. Das könnte auch, also das ist so deine Art wie Podcast nur für Video, also prominente Menschen, interessante Menschen interviewen. Das Ganze nur am Ende, weil er ja aus The Streets of San Francisco kommt. Das ein bisschen aussehen lassen wie so eine alte amerikanische Cop-Serie und dann noch so zwei, drei Features, Comedy-Features dazu. So mit Wahrheit oder Pflicht. Der zu interviewende Promi muss entweder was tun, also muss eigentlich die Wahrheit auf eine spezielle, kantige Frage beantworten. Wenn er das nicht tun will, muss er was Ekelhaftes machen, was dann im Kofferraum auf ihn wartet. Also so kleine, lustige Geschichten warten dann. Das hätten wir eigentlich schon dieses Jahr gerne gemacht. Jetzt wird es halt nächstes Jahr. Ist egal. Du machst das jetzt seit 15 Jahren. Also nicht Radiomoderator, das machst du schon länger. Wie lange willst du das noch machen? Also kannst du dir vorstellen, Radiomoderator bis zur Rente zu bleiben? Also ich sage mal so, wenn sich die Welt technisch nicht so gewandelt hätte, wäre es glaube ich dann irgendwann, wo du sagst, komm, ist langweilig. Aber auf der anderen Seite wäre Radio dann das einzige Medium gewesen, wäre es auch wieder interessant gewesen. Aber ich finde mittlerweile diese Verbindung Radio machen mit Social Media und diese ganze Wissenschaft, die dahinter steckt, finde ich so spannend, dass ich mir da auch gar nichts mehr vorstellen kann. Also es ist tatsächlich, wenn man so den Dreh- und Angelpunkt schafft, zwischen Radio und Social Media, das noch zu verknüpfen, finde ich das super spannend. Und ich glaube, was soll ich denn anderes machen, meine Herrschaften? Ich habe Philosophie studiert, da kann ich ja auch heutzutage nichts mehr mit anfangen. Wird Abschluss? Ja, da bin ich ja raus aus der Nummer, vergiss es eh. Was ist man da, Diplomphilosoph? Diplomagister, auch noch. Diplomphilosoph. Diplomagister. Nee, aber weißt du, da kannst du ja auch nichts mit reißen mit der Nummer. Aber immerhin hast du es durchgezogen. Ja, aber egal. Nee, da war ich ja schon, ja, aber da war ich ja schon wieder, da habe ich ja schon, währenddessen habe ich ja dann schon Radioluft geschnuppert und wusste ja, das Thema wird nichts mehr. Und dann bin ich ja dann ins Radio umgewechselt und habe nichts mehr anderes gemacht. Wer ist denn so dein mallorquinischer Lieblingsphilosoph? Ramon Jui, haha, da kam jetzt natürlich die Scherzfrage. Nee, Ramon Jui, wunderbarer Philosoph, mit dem war ich noch gestern eintrinken. Ramon Jui war ein Mönch, meines, ne, oder nicht? Ramon Jui war alles, der war Mönch, aber auch Philosoph, alles mögliche war der. Damals konnte man sich ja noch Dinge erlauben vor 500 Jahren und er ist tatsächlich, also wenn man auf Mallorca irgendwann mal außerhalb des Ballermanns auf Ramon Jui trifft, mit Doppel-L, U, nochmal Doppel-L, was schon abenteuerlich ist, dann war es der Denker Mallorcas. Okay, also das war auf jeden Fall eine sehr schnelle und spontane Antwort und du hast mich damit tatsächlich auch so ein bisschen überrumpelt. Ich dachte, du wolltest mich überrumpeln, weil du es schon weißt. Nicht, ich war jetzt tatsächlich so ein bisschen ergebnisoffen, aber dann hast du mich wieder draufgebracht. Ja, geil. Ja, es gab ja mal den einsamen. Ich kann ja auch klugscheißen und kann sagen, dass es ein Mallorquiner war, der San Francisco gegründet hat und Los Angeles. Das wissen wir schon, das haben wir. Und San Diego zum Beispiel auch. Auch, auch, ja. Okay. Und wo die Mayonnaise herkommt, weiß ich auch. Und wie hieß der? Na, wie hieß der Mönch? Wer, äh, hier. Jetzt bin ich raus, komme ich gerade nicht auf den Namen. Warte. Also ich gebe dir, also es ist der. Hier, aus Petra, äh, äh, jetzt kommen wir rein. Also der. Jetzt haben wir Ramon Jui im Kopf, bin ich doof. Äh, ich komme nicht drauf. Also der sechste Monat des Jahres ist der. Ah, äh, äh, der Huni, der, ja. Schneid mal raus. Könnt ihr nicht irgendein Bargeräusch jetzt machen, dass wir das jetzt bitte rausschneiden können? Huni, pedo, serra. Wo ist der Bus, wenn man nichts braucht? Ja, so heißt er. Na gut, damit steht es auch eins zu eins hier. Ja. Sag mal, als jemand, der wirklich versucht, diese touristischen Gebiete zu meiden, ähm, gibt es da irgendwie tatsächlich so ein paar schöne Geheimtipps, was Restaurants angeht oder zum Beispiel Nachtleben, was man hier mal erlebt haben müsste, deiner Meinung nach? Ähm, also, nee, ich vermeide ja nicht touristische Gebiete. Also es ist ja tatsächlich so, dass ich jetzt, ich meide ja nicht mal den Ballermann. Also ich bin ja jetzt nun mal auch mit dir hier, ähm, ich mag es ja. Weil du es sogar so wolltest. Ja, ich bin jetzt nicht so der, 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 ich gehe regelmäßig jetzt in die großen Schuppen hier, Bierkönig, Megapark, wie sie alle heißen, da findet man mich ja selten drin, aber dennoch ähm, mag ich die Gegend hier, ich mag es einfach und, äh, meide es ja nicht. Aber, äh, man, man sollte auch immer darauf gucken, dass man andere Teile der Insel mal sieht und genießt und die sind ja nicht wirklich untouristisch. Also wenn ich jetzt sage, ich bin gerne in Calaradiada, dann ist Calaradiada jetzt auch nicht untouristisch. Calaradiada ist sehr touristisch, nur halt ein ganz anderer Schlag Menschen. Möchte jetzt keinem auf die Füße treten, aber ich muss halt einfach sagen, Calaradiada ist ein Schlag Menschen, die sind innerlich genauso wie die Ballermann-Besucher, nur hochnäsiger. Sie wollen nur was Besseres sein, Punkt, fertig, ab. Aber es ist dann auch wieder nett und ein anderer Schlag Menschen. Außerdem gibt es in Calaradiada die beste Tapas-Bar auf Mallorca, weiß kein Mensch. Oh, echt? Jetzt wissen es alle Menschen, wie heißt sie und wo ist sie? Darf ich sagen? Ja, natürlich. Wird von einer, was ich auch nicht wusste bis jetzt, von einer deutschen, von einer jungen deutschen Dame geführt, die da auch kocht und zwar unfassbar gut und wirklich mallorquinische Tapas dahin zaubert. Das habe ich selten von Mallorquinern erlebt und selbst Mallorquiner sind dort Stammgäste. Pizarro oder Pizarros. Ist ein bisschen in der dritten, vierten Linie hinten unfassbar gut. Also die leckersten Tapas, die ich je auf Mallorca gegessen habe, Punkt. Wenn du mal wieder touristischen Freundschaftsbesuch aus Deutschland bekommst, wo führst du die in Palma dann hin? Nie nach Palma. Echt nicht? Nee, also ich sage gerne, also im Hochsommer sage ich gerne, ja, wenn ihr wollt, dann fahrt nach Palma, tut euch das an. Genauso wie ich dann auch sage, ach ja, geht doch mal in den Bierkönig, tut euch das gerne an, dann habe ich mal einen freien Abend. Aber Palma nie, weil ich Palma im Winter genieße. Tatsächlich dann, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Im Hochsommer finde ich das furchtbar, wenn sich hier die Flipflops auf Flipflops treten. Das mag ich nicht so. Wenn Freunde von mir kommen, dann schicke ich die sehr, sehr gerne, wirklich tatsächlich Playa de Muro, auch mal gerne hoch ins Gebirge, wo ich dann sage, guckt euch mal Weide Mossa an, guckt euch mal Porte Soja an und so weiter. Das sind so meine, Gorge Blau oben, also im Prinzip die Stauseen, für mich immer noch eine der schönsten Ecken im Sommer wie im Winter. Und dann sage ich auch, ja komm, wenn ihr nach Palma wollt, macht das. Und danach kommt ihr nach Hause und ich verarzte euch und dann geht es weiter. Also, nee, es gibt so viele Ecken auf der Insel. Palma im Sommer auch sehr überlaufen. Macht dann ja auch keinen Spaß mehr. Gut, also Palma dann wieder im Spätherbst, so ab Oktober und im Dezember, wenn die Weihnachtsbeleuchtung angeht. Nee, die geht schon im November an, die Weihnachtsbeleuchtung. Und das ist in der Tat dann sehr schön in Palma, weil es übersichtlicher ist, was die Menschen angeht. Und ja, da hast du schon recht. Gut, dann freuen wir uns mal auf diesen kalten Winter, wo man dann auch wieder nach Palma gehen kann, wenn man nicht gerade an der Heizung sitzt oder im wohlklimatisierten Studio. Lieber Jörg, haben wir noch was vergessen, was du noch dringend sagen müsstest? Sonst sage ich... Nö, nur ich würde es halt tatsächlich sehr spannend finden und sehr schön. Da wäre ja nun... Der Ford hat mich ja jetzt nun, mein Ford LTD, sehr viel Geld gekostet. Auch im Nachhinein, muss ich sagen, mit allen Reparaturkosten. Und es ist aber ein Schmuckstück und wir wollen ja irgendwie noch dazu kommen, da hat mich tatsächlich auf die Idee, musste ich gebracht werden, was auch selten ist, dazu kommen, irgendwann Michael Douglas, der ja auch hier so halber Inselresident ist, dann dazu zu kriegen, dass er in sein ehemaliges Arbeitsauto nochmal einsteigt, nach 50 Jahren, das war 1973, damals 73, 74. An der Seite von Karl Malden. Karl Malden war mit dabei, der kann jetzt nun nicht mehr einsteigen, aber wenigstens ist es noch Michael Douglas und wir wollen ihn ja irgendwie dazu kriegen, dass er nochmal in sein altes Arbeitsauto einsteigt und vielleicht sogar eine Runde fährt. Lieber Michael, wir wissen ja, dass du ein Stammhörer hier bist vom Podcast, das 17. Bundesland und auch fließend Deutsch sprichst und verstehst. Melde dich bitte bei Jörg Jung auf Instagram oder Facebook. Wir haben tatsächlich einen schönen Namen, Auto hat den eigenen Instagram-Kanal, weil das Auto heißt nicht nur Ford LTD, wie die Marke ist, sondern wir haben ihn Harry genannt und aus Harry wurde dann der Instagram-Kanal Harry isn't Ford, also Harry isn't Ford und ja, gerne folgen und verlinken und machen, damit der auch ein bisschen, der braucht ja auch ein bisschen Bestätigung. Alles klar. Und lieber Michael Douglas, der sitzt jetzt bestimmt da und denkt, oh Ingo Wolf, I will follow him. Ja, gerne. Aber da würde ich mich freuen, wenn Harry ein bisschen Bestätigung kriegt und wir nächstes Jahr mit dem Auto durchstarten können. Ja, weil dieses Jahr war er ja schon hier und ist auch schon wieder weg, glaube ich. Ach, der kommt doch regelmäßig, der Mann. Genau. Also ich meine jetzt, physisch weiß ich nicht mehr in dem Alter, aber er kommt auf jeden Fall, also du weißt, was ich meine. Auf jeden Fall, es war sehr schön mit dem, vielen Dank und ich werde diese Geräuschkulisse nie vergessen. Danke, liebes Hostal Playa de Palma. Ja. Und jetzt zwei Cappuccino, bitte. Ja, bitte, mit Schuss. Liebe Freunde der Sonne, ich traue es mich wieder fast gar nicht zu sagen, aber ich muss euch leider nochmal enttäuschen. Sonntag fällt die Folge wieder aus. Dafür ist der liebe Stefan ab Montag wieder im Lande und wird hier auch wieder normal, regulär übernehmen. Das heißt, ab dann gibt es auch wieder zwei Folgen die Woche. Das war es jetzt aber erstmal für heute. Ihr hört dann nächste Woche Donnerstag wieder eine neue Folge. Ingo, ich hoffe, du machst dir eine ganz wunderbare Zeit und bleib gesund. Und dir wünsche ich viel schönes Wetter und ganz viel Liebe. Danke.